hallo und willkommen zurück zu let's play portal 2 das letzte mal haben wir glados wieder getroffen wir haben unsere portal kanonen gekriegt oh my fucking god das habe ich jetzt gemacht moment 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 was ist mal weg okay ich muss irgendwie genau das möchte ich treffen aber warum möchte ich das treffen komme ich jetzt rein stopp ich möchte erst mal da wo weil da ist ein und diesen kubi möchte ich glaube ich hier drauf stellen damit ich ihn da rein lenken kann klingt plausibel dann gehe ich wieder da hoch und lenke denke ich einfach mal den laser so um dankeschön glados möchtest du damit sagen ich bin fett geworden liebenswert wie eh und je meine liebe schubi dept du schieber die video schieber die lade daten loading screen maus gweck ach ja Nein, Bladoss! Wir haben doch keine Zeit! Oh, was ist das? 4 von 22! Ich sehe schon, Portal 2 hat... What's this? Da kann ich nicht rein. Okay. Portal 2 hat also 3 Kammern mehr als Portal 1. Wow, 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 wow! Bam! Okay, ähm... Röms. Röms. Die Röms. Was passiert, wenn ich das tue? Dann fährt diese Plattform da rum. Dann... ...mache ich mal das hier. Drücke auf den Knopf. Bekomme einen Cube. Möchte diesen Cube hier mitnehmen. Ähm... Orange muss ich umsetzen, ne? Dann möchte ich, glaube ich... Wow! Ähm... Okay, stopp. Stopp, 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 stopp. Ähm... Ich versuche es gerade mal... Ah, so zu handhaben, ohne Schaden zu nehmen. Und jetzt weiter. Hm! Hm! Oho! Oho! Oho, oho, oho! Ach, Gleiters. Yes. Yippie-doo! Hm-hm-hm. Doo-doo-doo-doo-doo. Doo-doo-doo. Lada-bitche! Way! Uh-huh. Nicht wundern, ähm... Ich musste gerade einen ganz, ganz kurzen kleinen Schluck setzen. Okay. Weil mein PC gerade etwas... Weil mein PC gerade etwas... Good luck. Good luck. Dankeschön. Äh, ja, mein PC hat gerade ein bisschen rumgespackt. Ähm, das hat mich auch gerade an etwas erinnert, weil ich gerade das schöne englische Good luck von Gleitos... Äh... Wiederholt habe. Hört's. Tee-hee-hee-hee. Kamera abgenommen. Ähm... Ich sage nur dazu... Nein! Ich werde mein Portal nicht auf Deutsch umstellen. Ich weiß gar nicht, was hier alles für... Es tut mir leid, Geschmacksverirrungen habt, aber... Was passiert, wenn ich auf das Knöpfchen drücke? Da kommt ein Cubie raus. Dieser Cubie fliegt jetzt da rum. Okay. Ähm... Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, was ihr für Geschmacksverirrungen habt, aber... Englisch ist einfach die Originalstimme. Gladers Humor kommt viel besser rüber und Wheatley hört sich einfach viel geiler an. Ansonsten, äh, es tut mir leid, ich habe extra für euch den Untertitel eingeblendet und... Ja. Äh, der Cub. Also, ich weiß nicht, wo die Problematik ist. Wer das Spiel auf Deutsch möchte, der soll es doch bitte selbst spielen. Aber ich sehe es nicht ein, meinen Spielspaß zu verringern, indem ich es... Euch zuliebe auf Deutsch umstelle. Nein! Hier ist ein interessantes Fakt. Du wirst nicht wirklich wohnen. Es ist zu viel wert, um dieses Wasser runterzuhalten. Wir nehmen nur den Carbon-Dioxide aus einem Raum, freshen ihn ein bisschen und wohnen ihn wieder in. Also, du wohnst das gleiche Raum voll Wasser für den Rest deines Lebens. Ich dachte, das war interessant. Total. Und irgendwie auch ein bisschen eklig, aber... Yay! Und weiter geht's. Schübidi-bidi. Schübidi-bidi-bidi-bidi. Ach. Ladebildschirm. I lose him. I so lose him. Not. Let's see what the next test is. Oh. Advanced Aerial Faith Planner. Well. Have fun soaring through the air without a care in the world. I have to go to the wing that was made entirely of glass and pick up 15 acres of broken glass. By myself. Pst. Tschuldigung. So. Was? Cubes. Turries. Oh, das ist hier unten drunter. Schieb mal weg das Teil. Los. Mach mir Platz. Danke. Tschuld. Ähm. Wow. Das machst du schön, Glados. Jumpy-dumpy-dumpy-dump. Und jumpy-dumpy-dumpy-dump. Und jumpy-dumpy-dumpy-dumpy-dumpy. Wow. Stopp. Wow. Okay. Not funny. I have to do this while I'm flying. This is not cool. Obwohl, kann ich das auch... Hey, hey. Funktioniert doch alles. Funktioniert doch alles irgendwie. Wee. Ja, ha, ha, ha. Und da lang. Und bounce. Und... Tschuld. Tschuld. Hohohoho. Bounce. Wow. Ähm... Das ist ein Knopf. Ich möchte auf diesen Knopf drücken. Beep. Okay. Gib mir das! Nein. Das ist nicht Müll. Ähm, da ist ein... Knopf. Kann ich das nicht irgendwie umsetzen? Ach, das ist doch blöd. Ähm, stopp. Stopp, wo ist mein... Och, Mann, oh. Los. Weg damit. Gib mir nochmal einen Würfel. Ah, ein Cubie. Komm zu mir, Cube. Komm zu mir. Komm zu mir. Komm, ja. Danke. Und jetzt bleib hier liegen. So. Oh, dann möchte ich hier ein Portal hinsetzen und möchte da ein Portal hinsetzen. Möchte mir den Cube nehmen und möchte den Cube da drauflegen. Und ich hoffe auch, dass ich treffe. Ähm. Blüpp. Oh mein Gott, es hat getroffen. Gibt es auch nirgendwas? Nö. Oh, danke. Ach, sie ist so herzlich. Aber wenigstens redet sie ja nicht wieder mit mir. Fühlt man sich nicht so einsam. Na, Gleidos. Ja. Ja. Deine Gegenwart hat mir doch irgendwo gefehlt. Irgendwo aber auch nicht. Ich weiß nicht. Ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden. Lass mich da rein. Cube. Äh. Moment. Wääh. Companion Cube. Fuh, Gleidos. 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 We have warehouses full of the things. Absolutely worthless. I'm happy to get rid of the... Hör auf jetzt damit. Gemeine Drecksau. Ernsthaft. So. Ich möchte da hoch. Einmal Portal. Zweimal Portal. Nein. Companion Cube. Me wants it. Me wants it back. Mike. Moment. Ich kann ihn mir doch bestimmt wiederholen. Ich muss ihn mir wiederholen. Öh, du weißt. Und du weißt... Komm zu mir. Danke. Ähm. Jetzt muss ich da rüber. Und wahrscheinlich einmal... Einmal, Allah, speedy thing comes in und speedy thing comes out this way. Ich möchte mein Cupid mitnehmen. Ähm, wird das sowas? Wird das sowas? Das wird sowas. So, einmal und dann das zweite Mal. Da wahrscheinlich. Ähm, wieso setze ich mich nicht einfach... Noohohohoi. Yay. Anything with you.